Oft brauchen wir einen gleichmäßigen symmetrischen Abstand zum Rand, wie hier beispielsweise an dieser Heckscheibe, eventuell bei perforierten Folien oder ähnlichen zum Beispiel. Yellow Tools hat hier eine sehr kluge Idee gehabt, wie ich finde. Erstens sehr kostengünstig und sehr sehr einfach, aber effektiv. Und zwar diese Mikro-Rakel mit diesen unterschiedlichen Abstufungen, also den einfachen Rehlen, wo wir diesen Cutter, also die Klinge hier einführen können, die Mikro-Rakel entsprechend an der Kante entlang führen und somit einem super gleichmäßigen Abstand hier diese Folie trimmen. Genial einfach, einfach genial.